Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zurück zum neuen Video von uns. Mein Name ist der Buddha und wir sind die Snigglers Guild und wir machen hier auf YouTube einfach ein bisschen Videos rund ums Thema Axie Infinity. Heute starte ich mal eine neue Videoreihe. Ich würde das Ganze mal irgendwie News und Schnacken oder so nennen. Einfach mal ein bisschen reden mit euch, erzählen was ich heute so den Tag getrieben habe, was ich für neue News gesehen habe, was ich vielleicht für eine Aktie gekauft habe und was mir einfach so gerade durch den Kopf geht. Und ja, lass uns doch gleich mal damit starten, würde ich sagen. Die allerersten News, die heute gekommen sind. Ich bin aufgewacht, war bei Twitter und habe einen Post gesehen von Axie Infinity, den ich erst gar nicht so verstanden habe, richtig, aber dann, als ich es verstanden habe, mega happy drüber war. Die haben nämlich announced, dass Binance jetzt das Ronin Network integriert hat. Das bedeutet für uns wiederum, wir können auch mal bei Binance gleich reingucken, das bedeutet, dass wir jetzt von unserer Ronin Wallet direkt AXS und SAP zu Binance senden können und andersrum auch. Vorher war immer dieser Zwischenschritt von der Ronin Blockchain auf die Metamask und von der Metamask dann erst zu Binance. Das heißt, dort hat man immer doppelt Transaktionskosten bezahlt. Und wer sich gerade ein bisschen im Kryptobereich so auskennt und ein bisschen da aktiv ist, weiß, dass die Ethereum Gas Fees, also die Transaktionskosten, so unglaublich teuer sind. Also wirklich noch so teuer, wie sie fast noch nie waren. Und ja, um irgendwie SAP von Binance zum Beispiel, wenn man sie da einkauft, auf die Ronin Blockchain in seine Wallet reinzubekommen, um damit zum Beispiel zu brüten, zahlt man Transaktionskosten von 200 Dollar bis manchmal sogar 400, 500 Dollar. Also unglaublich teuer. Auch für uns selber richtig geile News, weil wir unser AXS immer einkaufen. Wir müssen es ja irgendwo herbekommen. Man kriegt das AXS ja sonst nur in der Season als Reward. Und daher kaufen wir das immer bei Binance ein und mussten uns das dann immer über die Metamask rüber senden. Aber jetzt endlich die News. Man kann sie direkt als neuen Eintritt in die Ronin Blockchain sozusagen von Binance aus reinsenden. Das ist wirklich Wahnsinn. Das bringt uns richtig voran. Und der nächste Schritt ist dann natürlich, dass dieses Projekt X von AXS Infinity und von Sky Mavis, also die Firma, die hinter AXS Infinity steckt, dass das Projekt X endlich gelauncht wird. Und das ist dann wirklich der DEX, also die dezentrale Swap-Funktion innerhalb der Ronin Wallet. Wir können da einmal jetzt hier reingucken, damit ihr genau wisst, was ich meine. Hier dieser Swap-Button, dass man dann wirklich innerhalb der Ronin Blockchain, sowohl AXS, SLP und Wrapped Ethereum, einfach miteinander tauschen kann. Und das Ganze kostenlos. Also wirklich, man hat ja am Tag 100 kostenlose Transaktionen. Und das wird dann auch eine davon sein. Und dann kann man einfach SLP, AXS hin und her swappen. Und das macht einfach so viel mehr einfach. Aber dieser DEX, der soll dann Quartal 3 oder Quartal 4 erst kommen. Also es dauert noch ein bisschen. Aber hier dieser Schritt, die Integration bei Binance von der Ronin Network, das ist schon mal der nächste Schritt in die richtige Richtung. Auf jeden Fall Transaktionsgebühren zu sparen. Ich bin, oder wir sind super happy darüber. Die nächste Sache, über die ich reden möchte. Heute ist ja der 2. September. Das ist bei mir und meinen Schollern immer Zahltag. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen ein neues Tool von einem meiner Patreons zugesendet bekommen. Ich hatte da schon mal reingeguckt, aber ich wollte euch das auch nochmal vorstellen. Das ist das Axie Infinity Scholar Tracking. Da kann man ganz einfach nur die Ronin-Adresse von seinen Schollern eingeben, dem dann noch einen Namen zuweisen und dann den Share hier einstellen. Also 60, 40, 60 oder 30, also ne, 60 für den Scholler und 40 für einen selber. Oder wie hier auch vorgeschlagen ist, 30 für einen selber und 70 für den Scholler. Wir sind bei 60, 40. Hier sieht man jetzt, das ist jetzt nicht spannend zu sehen, weil ich die gerade erst alle ausgezahlt habe. Aber wenn ihr dann mehrere Scholler habt, ich kann euch das auf jeden Fall empfehlen. Man sieht dann hier genau, wer hat wie viel gefarmt, was für ein Average haben die. Dann muss man das sich selber nicht alles ausrechnen. Und darüber bin ich dann auf die Idee gekommen, mal das Team von meinem besten Scholler anzugucken. Und das ist tatsächlich ein Poison-Team gewesen. Zu dem Team möchte ich auf jeden Fall nochmal ein einzelnes Video auch noch machen. Aber ich dachte mir dann so, ja, okay, der spielt richtig vernünftig mit diesem Poison-Team. Warum denn nicht noch mehr Poison-Teams mal gucken, wo denn da gerade so der Marktpreis ist. Und da habe ich einen richtigen Schnapper gemacht. Gestern kam ja das Schnapper-Video raus. Guckt es euch an, ich werde es euch oben nochmal verlinken. Und ich habe hier dieses wunderschöne Axie gefunden. Ich habe mir einfach mal bei Axie World angeguckt, so was für Attacken würden denn mit Poison zusammen Sinn ergeben. Und bei Poison ist es ja so, wenn der Gegner, das gegnerische Axie gepoisoned ist, dass pro Aktion er immer wieder Leben verliert. Also pro jeder Attacke und pro alles, was passiert. Und da ist halt gerade diese Attacke Furball, die ich dann gefunden habe, die ich vorher noch nie selber verwendet habe, die ist richtig geil. Weil man greift dreimal jeweils mit 40 Attacke an und 30 Schild hat die Attacke. Aber das sind drei Aktionen. Das heißt, pro jeder Aktion ist es wieder ein weiterer Tick und der Gegner verliert immer mehr an Poison. Und ja, den habe ich mir hier rausgesucht. Ich habe den für 0,062 Ethereum geschossen vor 42 Minuten. Also hat einmal Yam hier hinten als Schwanzteil, eine Zero-Energy-Karte, auch sehr nice. Immer gut zu haben eine Zero-Energy-Karte. Dann Serestis, 90 Damage, 60 Verteidigung auf einem richtigen tankigen Reptile auf jeden Fall. Super gut. Und dann halt dieses Furball. Also geiles Axie. Guckt auch am besten mal nach, wenn ihr auch Lust auf ein Poison-Team habt. Dann zum Beispiel, den würde ich mir jetzt entweder als Mid-Liner oder sogar nach ganz hinten vielleicht stellen. Und davor würde ich mir als Tank auf jeden Fall einen mit, auch wieder Yam holen als Schwanzteil. Als Rückenteil dann sogar vielleicht Shitake. Ich meine, in einem Poison-Team, da ist es wirklich, da ergibt es mal Sinn, sich auch zu healen. Sonst ergibt es, wäre wirklich in keiner anderen Strategie irgendwie Sinn. Und als Kopfteil würde ich dann Cactus nehmen, zum Beispiel wie den hier. Genau, und Serious als Mundteil hat 61 Leben. Den könnte man super als Tank dafür spielen. Und in der Mitte könnte man dann sowas spielen wie Garish Worm. Kann ich ja auch einfach nochmal kurz hier zeigen. Gucken wir mal. Garish Worm. Vielleicht sogar noch ein Backdoor mit Shrimp. Shrimp. Und gucken wir mal, was wir hier so für Preise finden. Hier, okay, hier haben wir natürlich einen Double Backdoor, weil Toothless Byte auch ein Backdoor ist. Den jetzt vielleicht nicht. Aber Scholz da wäre nice, so als Kopfteil. Und Garish Worm macht ja auf jeden Fall noch mehr Damage. Aber noch mehr Poison, Entschuldigung. Und, oh, den hier finde ich ja mal ganz geil. Wie viel Leben hat der? 53. Den können wir uns mal angucken. 0, 1, 1. Also ich werde jetzt auf jeden Fall die nächsten Stunden auch nochmal ein bisschen gucken, was ich denn da für ein Team draus bauen werde. Also hier hätten wir Garish Worm. Applied to Poison to Target. When Played in a Chain. Ach ja, When Played in a Chain. Also da bräuchten wir auf jeden Fall einen Tank vielleicht eher, der Leaf Bug hat. Played in a Chain ist ja noch eine andere rote Karte von einem der anderen eigenen Axis gespielt. Ja, da könnte man zum Beispiel einen Tank dann mit Leaf Bug als Horn benutzen. Das ist eine Zero Energy Karte, die ja auch rot ist. Aber sonst wäre Dustin richtig geil. Da könnte er sich auch wieder heilen. Einfach um noch mehr Zeit auch rauszuholen. Man möchte ja alle Poison, alle Gegner und dann so möglichst viel Zeit rausholen aus dem Spiel. Lamb wäre super noch für Damage und Shrimp als Backdoor. Das wäre ein geiles Team. Und ich meine, der geht sogar noch weiter runter. 0, 1, 1, 400 Dollar. Ich sage mal, wenn er bei 300 Dollar oder so ist, dann würde ich sofort zuschlagen. Wurde auch noch nie verkauft. Ja, so viel dazu. So viel zu diesem Poison. Ich finde es eine geile Nummer. Ich werde auf jeden Fall auch nochmal ein Video dazu machen, zu dem Poison Team, was gerade von meinem Scholar gespielt wird. Aber jetzt zum nächsten Thema. Noch eine Sache, über die ich mit euch reden wollte. Wir haben bei uns in der Snigglers Guild vor ein paar Tagen innerhalb unserem Discords und auch auf Twitter nach unserem ersten Art-Contest sozusagen gepublished. Und uns ging es einfach darum, vielleicht mal ein Logo für unsere Guild zu haben. Und das kam bisher relativ gut an. Die Preise, die man gewinnen kann, ich glaube, der Gewinner kriegt 250 SLP. Und jemand, der auf Twitter es noch repostet oder auch Freunde da noch drunter verlinkt, und der kriegt auch nochmal, ich glaube, 150 SLP oder so. Falls ihr bei Twitter unterwegs seid, folgt uns gerne. Wir sind die Snigglers Guild, wie man hier auf dem Bild schon sehen kann. Und wo habe ich es denn gepostet mit dem... Ich finde es gar nicht mehr, mit dem Art-Contest. Naja, auf jeden Fall. Ich habe es ja gerade gesagt, 250 für den Gewinner. Und wir haben schon mal ein paar schöne Bilder hier bekommen, die ich euch schon mal gerne zeigen würde. Das war unser allererster Entry von der Baroque. Finde ich auch sehr nice. Besonders als erstes so, fand ich sehr gut. Das zweite war dann lange mein Favorite. Achso, und by the way, das geht noch bis Sonntag. Also falls ihr auch irgendwie ein bisschen so Logos designt oder sowas gerne, schickt es uns einfach zu über Twitter oder über Instagram oder wo auch immer ihr euch uns kontaktieren könnt. Schickt es uns zu, macht mit. Wir freuen uns über jeden Entry so. Genau, aber wieder zurück dazu. Genau, das war lange mein Favorite. Ich finde dieses Rap-Teil supergeil. Ist halt ein Terminator. Und dann schön mit diesem Auge, mit so ein bisschen Dragonball-Zap-Style hat es, finde ich. Und auch die Schriftart finde ich richtig geil. Und auch, dass man es im Hintergrund nochmal sieht. Das war lange mein Favorite. Bis dann heute was Neues über Twitter reinkam. Einmal haben wir das noch gesendet bekommen. Finde ich auch süß, knuffig. Passt auch irgendwie so in das Axie Infinity Theme. Alles so ein bisschen süß, verniedlicht, schnörkelig. Und jetzt aber mein absoluter Favorite bisher. Das ist dieses Design. Ich finde das so geil. Das sieht super chillig aus. Ein bisschen seitwärts finde ich cool. Mit diesem Schildrahmen drumherum. Das Biest in der Mitte. Richtig geil. Und ja, das dann auch nochmal in so einer Ausführung. Also nochmal ein bisschen größer, so als Titelbild. Richtig geil. Also falls ihr Lust habt, schreibt uns einfach und macht mit. Leute. 250 SLP for free. Let's go. Die allerletzte Sache, über die ich heute ein bisschen schnacken wollte mit euch, ist so ein bisschen auch Eigenwerbung jetzt gerade. Also wir haben oder ich habe einen Patreon auch, wo ich so One-on-One Coaching Sessions anbiete für euch und für unsere Patreons. Wir haben auch gerade schon elf Patreons, was dann so 134 Euro im Monat sind. Da kommen wir auch gleich schon zum Thema. Ich will das Umstellen von Patreon eigentlich wegkommen und das lieber auf eine andere Plattform gehen, weil Patreon doch sehr, sehr großen Cut von dem ganzen Geld abnimmt. Also es waren jetzt glaube ich 15 Prozent, die nur an die Plattform irgendwie gingen. Das dachte ich mir, ist dann doch zu viel für das Wenige, was sie eigentlich mir bieten. Und wir wollen rüber wechseln zu Buy Me A Coffee. Und genau, was wir da anbieten ist einfach, also wir haben so verschiedene Levels von Support, der uns gegeben werden kann. Das ist einmal der kleine Sniggler, das ist einfach so eine kleine Spende, drei Euro pro Monat. Da bedanken wir euch für. Dann haben wir den Sniggler, das sind zehn Euro pro Monat. Da könnt ihr dann, kriegt ihr auch Discord-Zugang zu unserem privaten Discord. Könnt uns dort Fragen stellen, mit uns interagieren. Auch mal die anderen Leute, die anderen Snigglers mal kennenlernen. Nicht nur mich vor der Kamera, sondern die auch kennenlernen. Auch unsere Scholars kennenlernen, mit denen ein bisschen reden. Vielleicht auch über unsere Scholars, andere Scholars kennenlernen. Das hilft immer deutlich. Wir zum Beispiel holen uns auch nur noch neue Scholars auf Empfehlungen von unseren bereits bestehenden Scholars. Das funktioniert sehr gut momentan. Einfach deren Freunde auch noch mit dem Scholarship zu versorgen oder auch deren Familie etc. Der nächste Step ist dann der wahre Sniggler. Für 15 Euro pro Monat geben wir euch wirklich privates One-on-One-Coaching. Also wir helfen euch besonders dabei, ein Team zum Beispiel aufzustellen. Wirklich keinen Schrott zu kaufen. Wir zoomen mit euch zusammen, gucken gleichzeitig im Marketplace. Haben bisher ein super Feedback dafür bekommen. Wirklich nur von den Patreons, mit denen ich schon geszoomt habe. So, super liebe Leute, danke für eure Unterstützung. Macht immer wieder Spaß. Wir machen auch, wir bieten euch natürlich an, Scholarships aufzubauen. Das nochmal genau One-on-One zu erklären, wie man sich das aufbaut. Oder natürlich das größte Projekt, was wir auch mit anbieten, eine Brütfarm mit aufzubauen. Was momentan nicht so viel Sinn ergeben hat, wegen den hohen Transaktionskosten. Aber dadurch, dass jetzt Binance dieses Network integriert hat, wird das auch wieder viel, viel mehr realistisch, sich eine eigene Brütfarm aufzubauen. Ob es jetzt Plant-Brütfarm ist oder eine Pure-Fish-Brütfarm oder Terminator. Was auch immer, wir stehen euch da zur Seite und beraten euch da und dabei helfen euch. Das sind ja auch viele Schritte, die man da durchgehen muss. Und damit ihr da auf jeden Fall keinen Fehler begeht, frühstmöglich einfach mit uns in Kontakt treten. Falls ihr das machen wollt, ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich meine, wenn man 3.000 Dollar irgendwie für eine Brütfarm ausgibt, was sind dann da schon die 15 Euro für uns so im Monat? Also ist, glaube ich, voll der faire Preis. Ist ja auch unsere private Zeit oder eigentlich auch meine private Zeit, die ich damit verbringe. Also ist das voll in Ordnung. Und dann haben wir noch den absoluten Coach. Habe ich jetzt vor ein paar Tagen erst hinzugefügt. Hat auch einer meiner Patreons vorgeschlagen, dass das vielleicht sinnvoll wäre. Dort würden wir uns dann sogar noch mehr Zeit nehmen und nicht nur euch coachen, sondern auch eure eigenen Scholars auch noch mit coachen. Das bedeutet, wenn ihr jetzt 10 Scholars habt, dann würden wir uns oder ich mir die Teams angucken von euch. Und dann wirklich jedem Scholar einzeln Strategien vorschlagen und begleiten, damit die das Maximum an SLP am Tag rausholen können. Und ja, sich das Investment auch dann am meisten gelohnt hat. Das an der Stelle genug Werbung dazu. Nochmal kurzer Hinweis an meine Patreons, wenn ihr das seht. Ich glaube, ich möchte es umstellen auf hier bei mir Coffee, weil die nur 5% hier nehmen. Von daher, ja, das war es zu dem heutigen News und Schnack Nummer 1. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich freue mich aufs nächste Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Bis dahin, save the planet! Bis dahin, save the planet!